Hallo, mein Name ist Michael Gruber und ich stelle euch heute den Sharpin, einen digitalen Flipper-Automaten vor. Jeder von uns kennt Flipper-Automaten. Früher hat es die in fast jedem Lokal oder Gasthaus gegeben. Heutzutage ist das leider nicht mehr der Fall. Viele Menschen wünschen sich aber, noch regelmäßig Flipper zu spielen, aber ein eigenes Gerät für 5.000 bis 10.000 Euro kommt natürlich nicht in Frage. Der Sharpin allerdings kombiniert Software mit einem echten Gerät und ermöglicht es, zu einem leistbaren Preis Flipper zu spielen und ins Erlebnis abzutauchen. Er hat Platz in jedem Wohnzimmer und zudem den Vorteil, dass man nicht nur eine Flipper-Spielfläche wie bei einem herkömmlichen Flipper hat, sondern man kann tausende unterschiedliche Flipper auf einem Gerät spielen. Zudem ist man nicht limitiert auf nur Flipper-Spiele, sondern kann auch andere Spiele mit echten Knöpfen spielen.